Unsere Leistung war von der ersten bis zur letzten Minute einfach nicht gut genug. Das 1 zu 0 sah aus wie bei einem Freundschaftsspiel. Wir können niemanden für diese Leistung verantwortlich machen außer uns selbst. Das ist ausschließlich unsere Verantwortung. Das macht es nicht besser. Wir suchen nicht nach Entschuldigungen. Aber wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Das, was heute passiert ist, ist uns in dieser Saison schon zu oft passiert. Jeder, der uns regelmäßig sieht, weiß, wie gut wir spielen können. Und das macht es noch schwerer, unser heutiges Auftreten zu akzeptieren. Wenn wir verlieren, dann fühle ich mich maximal verantwortlich, weil ich es bin.